so liebe freunde ich bin jetzt gerade mal hier aus dem restaurant gegangen weil da sind immer so viele mithörer weißt du die gewände haben ganz einfach aber ich muss nur sagen pass mal wenn ihr euch da hinsetzt also ich jetzt meine frau und so weiter service total der kühle pitch der kommt sofort jetzt hat er mich sogar gefragt weil wir hatten einen kühle pitch nicht in der kühlung ich sag haustemperatur geht immer immer das ist bin ich zu hause gewöhnt stromkosten sparen und alles super